Wir gehen zum Never-Dead-Friedhof, ja? Wo ist das ungefähr, wo ist das ungefähr? Steht doch da auf dem Bett. Never-Dead-Friedhof. Friedhof. Friedhof. Da kannst du for free leben. Nee, ich stelle auch nicht. For free kannst du da, was kannst du denn for free? For free kannst du Luft schnappen beim Friedhof. Oh, das ist ja ein Wachstum. Puh, mag ich nicht, ne? Kann ich auch so. Echt mal. Ja, ihr macht Ärger. Mach mal Damage, Lisa. Ja. Ich versuche. Ich habe noch nie so einen schlechten Damage wieder gesehen. Ich meine, bin ich ein Zombie-Töter-Mensch. Findest du, ich mach Damage? Ich habe keine Ahnung, ich glaube schon. Ich habe auch keine Ahnung. Was war das denn? Alter, was ist hier los? Äh, Fragezeichen. Hä? Du bist leicht verwirrt anscheinend. Da war ein Fragezeichen, Lila. Der habe ich gesehen. Und warum bin ich verwirrt? Nein, der hier ist verwirrt. Achso. Oh ja. Komm, hier lang, wo ich hin? Ey, mein Pfad zeigt mir aber woanders. Ist mir egal, ich habe die nächste Quest hier und so. Aber mein Pfad zeigt da hinten hin, ohne Scheiß. Ja, du lässt doch deinen Pfad zeigen. Komm, da gleich noch abgeben. Ach, ich gehe im Nahkampf wieder, war besser. Weißt du warum? Weil ich hier richtig abgeben kann, Mann. Und sie kann voll in mich hinausgehen. Zack, zack. Voll über dich hinaus. Ich bin über dich hinaus, genau. Wir sind noch mehr, Mensch. Lisa, kämpf weiter. Komm her. Ja, Joke. Zack, zack. Crack mit euch. Ich habe die Quest auf jeden Fall nicht. Okay. Mecker. Deine Irgendwo, habe ich überhaupt keinen Bock. Ich bin noch alleine. Oh Mann, ey. Hättest du jetzt gesagt? Ja. Hilfe. Ich schaffst das. Ich kann nicht atmen. I can't breathe. Breathe. Wie heißt das? Breathe? Breathe Italy. Oh Gott, ey. Mein Englisch ist so schlecht. Breathe. I can't breathe. Breathe Italy. Ja, ich habe was bekommen. Ja, was denn? Ich zeig dir nicht was. Oh mein Gott. Ich schen dir was Gutes. Hä? Ich sag dir nichts. Nein. Ey. Da sind Gegners. 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 Es gibt echt fette Beute, Lisa, jetzt, ne? Fette, fette Beute. Eine große Beute. Zumindest war das so bis heute. Wo musst du hin? Wo? Wo musst du hin? Oh, was ist das? Ich muss... Warte doch mal, Alter. Die ist voll schnell, Alter. Nein, wir sind denn so weg. Ich habe überhaupt keinen Bock, Alter. Okay. Hast du den jetzt aktiviert, ja? Ja. Kiss mal das Banner. Oh, wie sehen wir. Hey, Aua. Was passiert denn da? Hi, lieber Scheißmann. Mach mit, mach mit, Lisa. Mach schon. Komm, geh rein. Roll rein. Hey, you watch my... Mach mit, mach mit, mach mit. Mach mit. Geht los? Ich sterbe. Oh mein Gott, oh mein Gott, du hast doch was getrunken, ne? Hat dich jemand geheilt? Ich kann nicht heilen, ne? Hier. Ich bin diesmal kein Heiler, Mann. Oh, ich habe mich selber geheilt. Wo? Ich drück aus Versehen. Ich bin vier und er wegen meinem Wurstdinger. Nein. Doch, hey, jetzt sind noch welche, die Prügel brauchen. Die sagt, komm, wollen wir die auch noch machen? Nein, 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 nein. Komm doch her. Nein. Hey, ich hatte sie angelangt. Zieh. Boah, was machst du, Junge? Sie kämpft auch noch, die blöde Stadt abzulaufen. Du sagst, komm, wir machen die... Statt abzulaufen, was ist denn das jetzt? Also, wenn schon, denn schon. Also, wenn du schon meinst, du kannst es mit den aufnehmen, dann musstest du es auch mit den aufnehmen, okay? Nicht einfach wegrennen. Du fieser Fiesling. Zu Boden, ihr Purschen. Nee, du bist ein fieser Fiesling, Alter. Ohne Schild. Ein fieser Fiesling. Boah, rechts! Rechts, hast du gesehen. Hast du nicht angeklickt, ne? Nee, habe ich nicht. Ist weggerannt, oder? Oh. Nein, was machst du schnell? Oh, zwei Sekunden, eine Sekunde, jetzt sind wir weg. Ja! Fängt euch hinter den Namen, bitte. Das war aber ganz schön. So, jetzt geht los, okay. Aber wegen deinen Rechten hätten sie dich noch kriegen können, Lissandra. Was? Was? Wegen den Pfähnen? Wegen deinen Rechten hätten sie dich noch kriegen können. Boah, hör auf! Hör auf, ey! Oh! Ich drück einfach manchmal R, aber ich bin nicht im Vorteilsmodus. Ich muss hier hinten stehen. Ich muss hier von hinten nehmen, so. Das kann ich besser Schaden machen. Ja, ja, glauben wir dir. Wir wissen, dass du immer gerne den Mann spielen willst. Das wirst du mal anders. Jetzt kommt hier so ein zaubervolles Typ. Ja, kommt doch her! Ja! 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 Also ich weiß nicht was der Bade macht, ich raff die Skills, ich hab mir die nicht durchgelesen. Ey, da kommt welche. Ja, kommt welche. Jawoll, komm! spring sprung spring kannst du auch ansparen springen so wie ich